Musik Ich habe auch schon heute meine Verwandten besucht, aber auf dem Friedhof. Fühlt sich gut, ne? Schaka, eine sehr kopulative Rasse. Wieder? Und dann habe ich ein neues Kännchen. Das ist ein Männchen. Das war jetzt Absicht. Nimm dich in Acht vor spanischen Fliegen, denn von denen wirst du flugst bestiegen. Die Wirkung ist dann epidemisch, denn der Nockstoff wird nur einmal heben. Meine Damen und Herren, ich bin Stefan Winner, und ich habe das große Vergnügen, Sie in der nächsten Stunde, die Rüchte anzuführen. Ich brauche nicht, dass ich jetzt schon mal spreche, meiner Schatz, denn dann haben wir noch... Ich merke, Sie lachen ab, das ist doch auch kein Problem. Ich brauche nicht, denn für gute Unterhaltung ist heute Abend gesorgt. Sie sagen, stetig redebrei, speichelt, schlänger, knüftig, schwierig, doch es kommt nichts, nichts rum dabei, die Wortkaskaden flickflackieren, sie schäumen, brausen vor sich hin, und würde man es noch probieren? Man fände wenig Sinn darin, denn Worte sind nur Hülsenfrüchte. 3, 4! Karneval im Bundestag, es ist ein Ries aufgelag'n, alle kommen eh auf jede Koste. Wir feiern heute ein großes Fest, weil sich das Volk verarschen lässt. Im Westen wird's genauso wie im Osten. Hänschen klein, einen rein, aber Spaß kommt von draußen rein, hoch auf den Musi, denn Jäger aus Kopfhals. Oh, nur lieber Augustin, alle Vögel sind schon da, sagen klar, ein Durchfallchen, Schwänzchen in die Höhe! Was soll denn alles hier? Und ich schieße sie hier. Ja! Ja! Ich bin zu dick für dich! Es erreicht noch ein Blick auf mich! Ich bin zu dick für dich! Du bist zu schön für dich! Bitte gewöhne dich! Und nicht sagen, ich sag mal, wenn man die ganze betrachtet wird, ist nicht wie irgendwer sagt, mach diesen, mach jenen, mach sonst was, denn ist nicht ne richtig harte Schoße, denn das reden und nicht sagen, where are you from? Oh, Berlin. Ja, die Wissenschaftler sagen, das liegt wohl an nicht artgerechter Ernährung. Aber ihr Gehirn ist schon sehr klein, ja, sehr, sehr klein. Vielen Dank. Vielen Dank.